Hallo meine... Oh, das war laut, ne? Hallo meine... Montag, 12 Uhr, Streamingplan für die Woche, nachdem ich ja die letzte Woche nur Donnerstag Conan gestreamt hatte. Habe ich gedacht, muss ich diese Woche halt mal wieder ein bisschen was tun. Das Problem ist, dass ich momentan nicht wirklich die Spiele habe, wo ich sage, da hätte ich jetzt Bock drauf, das zu streamen. Und deswegen halte ich auf jeden Fall den Donnerstag mal fest als Tag für Conan. Ich habe jetzt nicht mit Max gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass der Max dabei sein wird. Wenn nicht, hat der Max wohl sehr viel an der Base herumgebaut und ich habe noch gar nicht geschaut. Spätestens dann werden wir uns das mal zusammen angucken, was der Max da gemacht hat. Ich vertraue ihm da voll und ganz. Ich glaube, wenn er sich Mühe gegeben hat, dann habe ich eine wirklich schöne Base aufgebaut. Das wäre Donnerstag. Ich weiß nicht, also Mittwoch wäre eher spontan. Morgen muss ich arbeiten, das klappt nicht. Heute ist Pfingsten so. Ja, Leute, heute halt nicht. Das heißt also auf jeden Fall Donnerstag, 18 Uhr Conan. Mittwoch eventuell, Freitag eventuell aber Samstag dafür und Samstag werden wir dann halt mal so einen richtig ausgiebigen machen. Ich denke Samstag, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Samstag, Samstag, wartet mal kurz, jetzt muss ich einmal kurz schauen. Es kann natürlich, es ist immer alles unter Vorbehalt, weil ihr wisst, ich und Krankenpflege und wenn dann am Wochenende der Ausfällt oder so, dann kann das schnell passieren, dass ich da einspringen muss. Samstag, genau, Freitag nicht, weil ich Samstag früh arbeiten muss. Dann müsste ich halt früh aufhören. Dann aber Samstag, weil ich Sonntag nicht arbeiten muss. Wahrscheinlich. Ja, immer alles unter Vorbehalt. Aber Samstag, ich gucke, dass ich vielleicht irgendwie so um 5, 6 halt die normale Zeit anfange, aber vielleicht machen wir dafür ein bisschen länger. Mit verschiedenen Spielen wahrscheinlich. Ich hätte, glaube ich, mal wieder Lust auf ein paar Runden PUBG, vielleicht mal Ring of Elysium streamen, vielleicht auch WoW. Also es gibt zum Beispiel, habe ich mit dem Mage, meinem Hexenmeister und meinem Droiden noch jede Menge zu tun. Das sind ja die drei Charaktere, die ich dann in BFA spielen möchte. Ich habe in den letzten Tagen gemerkt, dass ich nicht LOL streamen sollte, weil mich das Spiel komplett kaputt macht. Ich bin da einfach super schlecht drin und ich reg mich gerne darüber auf. Aber tatsächlich ist LOL mittlerweile ein Spiel, was auf meiner Liste der eventuellen Spiele für sowohl YouTube als auch Twitch irgendwann steht. Ich hätte es selber nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so. Mittlerweile merke ich, warum es so viele Menschen gibt, die League of Legends spielen. Und ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, aber irgendwie, naja, manchmal dauert es halt ein bisschen. Gut, also Samstag 18 Uhr sage ich jetzt einfach mal, weil ich auch vorher arbeiten muss. Bunt gemischt. Also, Donnerstag 18 Uhr Conan, Samstag 18 Uhr bunt gemischt. Wir gucken, vielleicht habt ihr auch irgendwas, wo ihr Bock drauf habt, was wir vielleicht auch mal zusammenzocken können. Also von daher würde ich sagen, das war es jetzt erstmal und ich wünsche euch einen wunderschönen Rest-Fingst-Tag. Und sag wie immer, bis denne! Ciao!